Lass den Mann trainieren, Alter. Was ist mit dir? Der Alex, der gibt's sich, ist dreckig. Komm, wir reden mal mit dem. Drachentöter! Ja, klar. Klar. Mach es einfach, Mann. Hast du nie gehört, von einem Restzeit? Sag ihm, wir werden sie zurück. Und Moose. Hast du sie nennen? Sie waren meine Freunde. Oh, right. Ich verstehe. Wenn our gym got overrun, wir alle ran. Ich habe immer gesagt, sie arbeiten mit den Legen. Sie waren zu lang. Ah. Sie erinnern, was ich gemacht habe. Ich weiß es. Sie haben nichts mehr, zu erinnern, was ich mit. Also, warum nicht ich mich alleine? Wer weiß. Vielleicht kann sie sehen, Bud's lingering presence. Look, ich gehe mit ihnen. Dann, ihr dürft ihr gut. Right? Ja. Wir haben immer wieder in der Gymnasie oder in den Lapphain-Lennys. Du könntest da schauen. Ja, ich könnte. Well, wenn sie da draußen sind. Aber ja, be careful. Sie sind beide wirklich gebaut. Auf dem Topf, anyhow. Chill, Mann. Ich habe das. die oberarme sind viel zu kurz was ja was meinst du denn warum sagst du ja klar wegen den gewichten oder was ja weil die hat sich auf den holzboden gelegt und gemeint die die hören sich an als ob sie auf metallboden sind ja die sind ja auch aus metall also das ist ja nicht metall auf holz hört sich aber nicht so an so kann man jetzt ja ich wollte gerade sagen wenn du meinst du dich nicht mehr ich dachte mei das ist eigentlich möglich wenn du wüsst was ich so gestemmt habe kannst du eine zocke fragen ja er ist ein zocke gestemmt könnte er aber mit einem mit einer hand hat er dich gestemmt ok doctor rat story of my fucking life catch you on the bounce jetzt zum strand endlich was hast du gemacht taschen dafür waffen ja das ist irgendwie ja nee sind keine krallen was ist das denn keine ahnung irgendwie cool was ist das das sind das waren mal handsägen glaube ich oder so ach ja genau aber die wurden ein bisschen umgetüttelt hier ist eine sicherung das sonst die holen ja und das ist ein fetter der explodiert ja lass gehen wir den einfach wir können doch auf auf ok dann ich waffe wurscht ich auch splash aber dann ja die explosion lockt die anderen halt an ja 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 alter ins gesicht da raucht der kopf ne ja mann meine neue katana ja mann meine neue katana ja ich konnte die nicht fertig aufmutzten weil ich keine legierung mehr hatte ist die gut ja mann hier ist ein schrank hier wo bin ich da schon drin auf besuch wo denn da war hallo polizei niemand hat die polizei gerufen alter wie die gedärme grad rausgequillt sind als ich ihm den bauch aufgeschnitten habe voll gut achja basti bei dir wird nie was dargestellt alter ja uah aua scheiß kotzer aber fetter kotzer schieß auf das fass schieß auf das fass ich bin down ich bin down ah ich bin auch down alle diese säure macht so viel schade auf mich Leute auf mich ich bin auch down alter von hinten sind sie reingekommen böse böse wir hätten erstmal die hinter uns weg machen sollen nicht direkt vorne hä ich wollte ich bin da nur reingelaufen da war noch niemand da ich bin da reingelaufen weil äh lass mal den kotzer und so ne weil da ist die ding die sicherung komm jetzt rein komm jetzt rein warum kämpfst du gleich wieder in die ja weil die hartgleicher mich angegriffen haben aber jetzt jetzt anzünden pass auf ja man alter mich hat trotzdem so komisch aber jetzt brennt alles oh alter der mit seiner texte ah ich habe den polizeistoff noch verkauft wow ah scheiße hat er grad bye bye gesagt ja glaube schon wir müssen uns in den fetten kümmern hier die platten denn noch ja das ist voller weg schön auf den kopf schön auf den kopf er ist tot er ist tot er ist tot der hat legierung fallen lassen ohne ende oh jawoll rote kiste rote kiste x-ball schräger eine sicherung ich habe das schwarze rausgekriegt was machen wir mit der sicherung muss wir die irgendwo rein machen waaah jetzt bin ich auf G oh man ja geh nochmal geh dann geht's zurück echt ja sieht hier irgendjemand wo ist die scheiß boah hinter dir mastie wo muss ich denn die sicherung rein machen der hat ne ritterrüstung denn der hat keine ritterrüstung denn der hat ne ritterrüstung denn der hat ne ritterrüstung denn polizei uniform ausrüstung ja polizeipanzer äh weiß ich guck grad so Auf der Toilette gibt es ein WC-Ente. Müsst doch irgendwas gut sein, oder für später vielleicht irgendwas. Nein, oder? Ist es auch nicht. Wann kann man hier die Türen nicht öffnen? Wie jetzt durch den Lüftungsschein? Ach, jedes Mal die Zombies. Also hier drin ist doch nicht die Sicherung. Naja. Da muss sie dahinter im Haus sein. Ah ja, da ist sie ja. Sie ist hinter dem Haus. Bam. 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 Hoppla. Ah. Sack, Alter. Losig. Aua. Junge, wo kommen die jetzt plötzlich her? Ein Rechen. Geil. Ich habe ein Rechen bekommen. Katana. Katana? Flüsterschwert, oder was? Hä? Flüsterschwert? Nee, Katana. Ein Bowie-Messer. Lame. Was, Jotsu? Meinst du, Sylvester Stallone? Meinst du, dass du könnte noch einen Superhelden spielen? Er hat noch einen krassen muskulosen Körper. Habe ich ihn nicht. Er hat doch, er hat doch einen Prime-Exklusiv-Film noch. Mann, ich habe mir gleich mal gemacht. Äh, wie hieß denn da? Der Samaritan oder so. Deswegen seid ihr auch noch? Ja, ne? Hey, was? Arnie. Oder was? Ja. Arnie hat nochmal eine Serie gemacht. Eine Mini-Serie. Auch selbst. Auch nicht mehr lustig. Ja. Ja, du kommst immer mit den gleichen Kamellen, Alter. Langsam wird es echt öde. Weg von dem Saun. Weg von dem Saun. Ähm, kommt ihr? So, das für die Studio. Moos und Dillen sound like they can handle themselves. Best clear any onlookers, lest they fall to harm. Gottfab. Au, verdammter Penner. Ups. Wer wollte er eigentlich den nehmen? Heilung. Halt's Maul, du. Fertig, hu, Alter. Was machst du hier auf dem Trainingsplatz? Geh zurück ans Strand. All right, boys. I'm ready. Entschuldigung. Okay. Au. Ah, du hässliche. Alter. Ich hab's dir in zwei Teile gehälftet, Alter. Juhu. In zwei Teile gehälftet? Ja. Kennst du nicht? Schnell, bevor er kommt. In zwei Teile gehälftet? Was denn? Schnell, bevor er kommt. Er kommt. What the fuck? Hey. Everything okay? Believe it or not, you're gonna want to see this. Okay, but only cause it's you. Alex, pull the moose. Oh, you knew him? A fellow of infinite jest. Of most excellent fancy. Ah. He wasn't human anymore. Ah. And that's the point. Look at this. What is that? Wrong question, my friend. And what you should be asking is... What does it do? Okay. So, what does it do? You see this? A tiny hammer? A tiny hammer now. Oh, but... 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 Oh. Behold. Excalibur. Right. Don't book Las Vegas yet. Well, people will get in touch. Okay. No, 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 wait. Wait. It's just like in the movies. What? Boop. Boop. I know, right? It's insane. All this stuff. It does things. It's changing their insights. Yeah. Changing my insights? Huh. Well, uh... I gotta get back. Down below. Hey, mate. This is progress. Another week, you'll be sunbathing. I'll keep trying stuff out. Yeah. Come by. Well... If you want to. Sure. We'll do lunch and a movie. Okay. Can't deny any longer. I'm changing. Oh, man. Will da meine Hand mal reinstecken? So these amped up monsters are mutated inside. Alle was? Autogram. Autophage Blauplein, wenn du alleine durchdraht. Was ist das für schönes? Und Quest abschließt. Aha. Das stimmt, jetzt kommt ein bisschen, wenn du. in die Griezmannsabtrennen. So gelangst du. In den Besitz von Autophagab. Was soll ich den Zombie teilen? Und zimiert einmal mit starken Furt. Alter, das... Das macht die Waffen richtig. Umshaft. Wahrscheinlich. Meinst du? No. Ich hab keine Ahnung. Was muss man jetzt hier kaufen? Oder was ist das? Du musst Quest abschließt und wir müssen das finden. Ein paar Sachen haben wir ja schon gefunden. Nee, du kannst die herstellen. Ja, man kann die herstellen. Nein, du musst aber die Baupläne dafür haben. Da steht, halte Ausschau nach Autophagen Bauplänen, wenn du L.A. durchstrahlst. Hä, bei mir steht aber herstellen. Da steht bei euch herstellen. Waffen-Mods herstellen. Hä? Also ich bin danach auf eine Seite gekommen mit Waffen-Mods herstellen. Ja, ich auch. Ja, wenn du eine weiter klickst, genau. Aber woher weiß ich, was Autophag ist? Ja, dafür brauchst du Zombie-Teile. Explosionsdrüsen und brennbares... Ja, das ist das, ja. Okay, cool. Eine Leichenbomben-Karte. Ja, äh, Leichenbomben-Karte. Was? Das heißt... Was? Was? Das ist... Heißt... Instabilität heißt die eine Mod. Ah, okay. Also du meinst, es ist nicht stabil. Dann machst du die mal wieder. Ja, du kriegst die bestimmten Teile beim Zerstückeln. Ja, das hab ich doch schon kapiert. Alles kleinschneiden, ja. Ja, aber wir brauchen trotzdem Baupläne, um halt noch krassere Sachen zu machen. Hä, nein, du hast die schon. Nein, es gibt mehrere, wenn du lesen kannst. Ja, klar gibt's mehrere, aber wir haben schon eine. Eine Ahnung, ich. Einen haben wir schon. Wo müssen wir denn hin? Los, zerstückeln wir. Gehen wir an den Strand. Ein bisschen spazieren. So, ich hab zerstückelt. Hab nichts bekommen. Ich hab die Klinik gleich bekommen. Echt? Ja. Ich hab nichts bekommen. Dabei hab ich in den zwei Teile gehälftet. Was muss man eigentlich tun? Ähm. Dylan verfolgen. Ja. Ich hab nichts bekommen und ich wurde angesprochen. Wie, halt in real life. Hahaha. Ich guckst mich da, die gehälte. Nee, der hat auch nichts gedroppt für mich. Der kriegt halt nicht immer. Vielleicht kann man finishen. Nee. Alter. Die droppen halt manchmal. Oh, der Strand. Endlich. Hey, 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 hey. Baywatch, Baywatch, alter. Baywatch. Wo? Da. Ja, man. Hier ist ein Baywatch-Ding. Ja, man. Und hier ist die Baywatch-Frau. Aua. Alter. Hier ist die Baywatch-Frau. Gewissen. Aua. Ah. Scheiße. Aua. Ah. Ja. Ja. Aufpassen. Mach doch den Generator aus. Ja, dann geht's aber auf der anderen Seite wieder an. Oh, yeah. Rote Kiste. Oh, kann ich die nicht aufheben? Ich bin schon wieder voll, oder was? Taktisches Schwert. Meld. Machst du zu uns? Jetzt hab ich auch diese Spitzhacke. Die hab ich vorhin verkauft. So, du hast doch gesagt, die ist geil. Die ist geil, ja, aber... War halt niedrig im Level. Hey, wer hat dir jetzt wieder den angemacht? Ja, wer wollte. Ist das der Safe? Hickel, der Safe. Ach, verdammt nochmal, Alter. Warum musstest du den Generator wieder anmachen? Ich hab überhaupt nichts angemacht. Natürlich, Alter. Boden. Alter, ich hab dich gehört, bevor du reingekommen bist. So, jetzt komm raus. Mach ihn mal aus. Nee, komm doch raus. Ja. Ich bin das draußen. Ja, weil du selber in meine blöde Falle getappt bist. Ich hab's nicht angemacht. Ich hab's nicht angemacht. Immer dasselbe gelabert, immer lügen. Ich hab's nicht angemacht. Oh, yeah. Hier sein. Ich hab's nicht angemacht. Okay. Ich hab's nicht angemacht. Ah! Schlüssel! Haha! Zurück zum Rettungsschwimmerhaus! Äh, 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 äh. Nice. Oh, nee. Wieso ist das jetzt wieder an? Ich hab's dir da nicht gemacht. Du hast schon zugehört, Masti, oder? Oha. Ein taktisches... Taktisches Hackebein hab ich gekriegt oder sowas. Ne. Und Schwert ist es. Was ist denn das, bitte? Soll ich ihn jetzt dafür wieder wegwerfen? Ah! Wild! Taktisches Schwert der Hartnäckigkeit. Zocki, Zocki! Was? Was ist rum? Schieß! Oh, der ist Level 16. Taktisches Schwert der Hartnäckigkeit. Oh, der hat mich nicht getroffen, aber ich bin in seine Pfütze gelaufen. Taktisches Schwert der Hartnäckigkeit. Hab ich. Kritisch hat er bei mir. Regierung! Aufgeblähte Milz hab ich von denen bekommen. Hab ich ihn mir auch bekommen. Nein, hab ich auch von ihnen bekommen. Hat er deine bekommen? Ich glaub, das ist jetzt nicht so gut mit Schießen, wenn du die Teile willst. Oh wow, ich hab jetzt auf einen Zombie geschossen. War nur ein Tipp. Ah. Okay, ähm. Wir müssen in diese Richtung. By the way. Masti? Ich, ähm. Hab dein Zuhause gefunden. Da steht aber Zocki dran. Nein. Da ist eine Frau, guck. Mit Kleid und so. So wie du. Da ist aber auch ein Mann. Mit Kleid und so. Nee. Das ist ein dicker Mann. So wie du. Keiner lacht mehr, was? Ich hab den Loot doch nicht liegen lassen. Alles mitgenommen. Ich bin sowieso wieder voll. Ich kann keine Gegenstände mehr mitnehmen. Stoff kann ich keins mitnehmen. Alter, wie sie da alle rauskommen. Schrecken der Tiefe. Alter. Ah, hier ist noch mal so eine Baby-Rouge. Geht doch nicht. Ja, okay. Wo ist meine Katana? Wo ist meine Katana? Nein, Katana. Hä? Jetzt. Jetzt ist es auch. Du meinst den Schlüssel für das Baywatch-Safe. Haben wir gefunden. Haben wir schon geholt. Mal ein Baywatch-Haus. Ist da auch wieder ein Schlüssel? Zu holen? Oder was? Keine Ahnung. Also ich war vorher da unten und hab ein Baywatch-Schlüssel geholt. Baywatch. Der Typ hat keinen Bock mehr aufzurufen. Hier ist die Dicke. Aua. Ja, hier ist was. Hier ist was drin. Wir sind da, Maastik. Komm. Blutspur. Okay, ich bin voll, 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 voll. Ah. Hier ist eine Werkbank. Aua, was war das? Komisch. Alter, dieser Ma-Zocki, du musst echt diesen Ding probieren. Was? So ein Kampfstock, finde ich, wie ich. Ist gut. Alter, der geht schon gut ab. Ah, jetzt kann ich mal ein Samurai-Schwert glauben. Bleib dich zu. Du hast Legierung gefunden. Das war mehr Schaden, Alter. Das war gelbe Päckchen wieder vorbei. Was, was sind für gelbe Päckchen? Ich sehe keine gelben Päckchen. Ich sehe nur Zombies. Ja, keine Ahnung. Mel sagt, ich laufe an irgendwelchen gelben Päckchen vorbei. Ja, die, die gelben Päckchen, wo das, das Fleisch drin ist. Ja. Wo? Ich habe keine. Die liegen im Boden. Ah. Nö, Bargeld und Großkaliber. Das ist doch kein Ding. Fleisch. Nein, wenn du, wenn du Schnitzeln tust. Ja. Habe ich gerade aufgehoben. Alter. Junge. Ey, warten wir doch nicht. Ja, ja. Ich gehe eine Runde schwimmen. Viel Spaß. Ich chill hier. Und, äh, schützt mich vor der Sonne. Alter, wie flach ist denn das Wasser hier? Ich komm mit. Nicht so weit raus. Snoop, kommst du? Masti, nicht so weit raus. Kommst du, Snoop? Ich möchte mit dir unter Wasser kuscheln. Du kannst ohne Scheiß richtig weit rauslaufen. Ist du eine Alpha-Wand? War klar, dass das wiederkommt. Ja, klar. Vor den Riegel, ich bin voll. Hey, was ist das hier für eine... Vor, Alter, was ist das? Militär. Militär. Sieht militärisch aus, ja. Baff. Baff. Affen? Das ist Toki hier? Kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir da später rein. Wir müssen da rein. Hallo. Das darf ich nicht. Das funktioniert bei Dying Light 2 zum Beispiel. Da kann man ja wirklich schleichen. Oh, hier ist ein Koffer. Ein Gelbeutel. Oh, boah. Ah, hier geht's rein. Ja, auch nicht. Wir brauchen Schlüsselkramenlaser. Na ja, klar. Hallo, ist das? Oh, Alter. Wie weit ist der Entfernung? Das ist bei mir scharf. Der war gerade nicht. Halt's Maul. Ah, die hat Stacheldraben. Äh, geh weg. Eklige. Ich schauche immun gegen meine Waffe. Manche sind gegen stumpfe Waffen immun. Okay. Ja, guck, von der habe ich jetzt infizierten Fleisch bekommen. Und ich... Nichts. Ich liebe mein Flüstermesser. Das ist auch ein geiler Name. Jetzt habe ich was bekommen. Infizierten Fleisch. Ich nichts. Alter, ich zerteile die und ich kriege nichts. Das hat nichts mit dem Zerteilen tun. Das ist scheißegal. Das ist Zufall. Das sind Soldaten. Vielleicht kriegen wir von denen vielleicht. Aber sollten wir nicht unsere Mission jetzt langsam machen? Wir laufen in die Richtung. Ah, okay. Pass auf. Pass auf. Oh, hey, oh, hey. Oh, hey, oh, hey. Kopf ab. Alles gelockt. Ist das nicht so schön, ein Strandspaziergang? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Alter, das ist echt nicht so. Aha, okay. Wenn ihr einen Stachler-Zombie sieht. Ja. Ups. Da können stumpfe, funktionieren stumpfe Waffen nicht. Hm. Weil er geschützt ist durch Stacheldraht. Macht Sinn. Aua. Also, ich gucke jetzt jeden Zombie an und keiner mehr hat Pakete. Auf den Boden musst du schauen. Ja, ich gucke auf den Boden. Keiner mehr droppt diese Pakete. Anscheinend bin ich tausendmal jetzt an Paketen vorbeigelaufen. Aber. Aua. Alter. Vielleicht hat der ja was. Hey, Lauterer. Oh, ein gelbes Paket. Gut an alle. Und. Mein Pfaff. Warte mal. Vielleicht gibt der was. Ja, der gibt. Ja. Der gibt wirklich. Ich glaube, die großen geben sowieso immer. Explosionsstourise habe ich bekommen von dem. Hm. Alter. Auseinandergefetzt. Hallo. Da kommt man zu. Der Tonmann kommt da. Der Tonmann. Oh, Tonfrau. Nein, das ist ein Mann. Oh, wohin? Oh, ah. Was ist mit dir, Alter? Was schreitst du mich so an? Alter, hier ist ständig Party, Alter, das gibt's doch nicht. Oh ja, steck dir, steck ihn ins Gesicht. Alter, der ist, der ist voll mit Öl. Oh, was meinst du, der brennt. Nicht schlecht. Alter, alter, alter. Noch eine. Ach, geh weg, du fette Hässliche. Hoppla. Aua. Was war denn da? Ich weiß, der Partei ist, der mich explodiert. Alter, ich schneide dir die Fettpölsterchen runter. Was ist die Fettpölsterchen? Fettpölsterchen. Geh, jetzt Slushie erst. Slushie! Ich trinke einen Schluck WC und... Ja, gönn dir. Alter, die Kühlbox... Ich häng fest. Die Kühlbox braucht einen Schlüssel. Ah! Pass auf! Vorsicht, Wasserexplosion. Autsch. Tut mir weh. Doch. Die hat weder infizierten Fleisch geworfen. Bei mir nicht. Bei dir immer nicht. Hey, klau nicht mal eine Sprüche. Hey, hier, 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 Kühlbox. Ja. Schlüssel für Strongman. Hier muss irgendwo ein Strongman sein. War ein Strongman-Event. Also muss der hier irgendwo sein. So einen muskulösen Zombie suchen. Mehr nicht. Nee, Strongman ist ein Event. Was warst du denn da oben? Ich glaube, ich weiß, dass wir hier wachen müssen. Was denn? Geht weg von mir. Ja, wir beobachten. Ich mach's. Ah, jetzt. Sei dummes Gelaber wieder. Warum soll das was bringen? Ja, weil, weil das hier, auf das Ding hier, egal. Egal. Achso. Ja, das war halt verbunden. Achso. Und es könnte ja sein, dass das der Grund ist. Dass die Kugel dann runtergefallen wäre und da drunter, weil hier so eine Öffnung ist, wäre dann der Schlüssel gewesen. Vielleicht gar nicht so abwege ich. Ja. Warte mal. Können wir diese Fässer ins Rollen bringen? Ja. Ja, genau. Oh Gott. Es explodiert. Habt ihr... Aua. Was ist das denn jetzt wieder für ein Schwert, was ich da habe? Achso, es ist dieses taktische Messer. Er muss doch irgendwo hier sein, der Scheiße. Aua. Aua. Höh? Okay. Aua. Was war denn das? Danke, Sophie. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Ich stand gerade da und habe überlegt, wo der Schlüssel sein könnte und plötzlich explodiert. Wahrscheinlich hast du wieder aufs Fass geschlagen und hast ja eine brennende Waffe. Ja. Götze. Ähm. Ähm. Kurtis Moore, sicherlich einer der Favoriten hier heute, gegen Markus Daly. Daly hatte ein bisschen Probleme früher mit dem 4-Hop-Brown. Scheiß Zombie. Ah, lecker. Gut, komm her. Explosionsgrüße. Was? Wo? Warte, weiter. Da ist ein Dicki. Wo? Der Kotzer ist da. Ach so. Der hat sogar 2 Sachen für mich liegen lassen. So, gehen wir weiter. 2 von den Dinger? Ja, Wohnssekret und aufgeblähtes, aufgeblähte Milz. Gehen wir weiter, vielleicht ist der da hinten irgendwo, der Zombie, der den Schlüssel hat. Ja. Ja. Haben wir ja alles durchsucht. Wohl, warte mal. Was kann man machen? Warte. Warte. Ah! Naja, alles klar. Aber warte mal. Hier führt nämlich ein Kabel hin, deswegen hab ich gedacht, das geht auf oder so, aber... Das hört unterm Auto auf. Ja, deswegen hab ich gedacht, der Truck geht auf oder so, aber nein. Tut er nicht. Aber nein. Aber das muss hier was mit dem Strongman zu tun, oder? Wir müssen den suchen. Der wandert irgendwo rum wahrscheinlich. Warte mal hier. Wo ist ein Messer gefunden? Mann. Wo denn? Äh, das ist kein Ding. Also hat ein Zombie geschmissen. Ach, Scheiße. Vielleicht läuft er ja hier auf der Promenade irgendwo rum. Hallo. Hallo. Auf der Renate? Oh, Renate. Ah! Mann. Okay. All right. Is this recording? Alex definitely said around the back of Lenin's. So the conversation you're about to hear, I'm recording for legal purposes. Hey, I came in here last month for a dye job and I asked for the permanent hair dye. What? I asked for the permanent hair dye. And look at this. Look at my roots right now. The blonde's coming back. I'm with a customer right now. I want my money back. That's false advertising. I could sue. For what? Being a moron? You're in so much trouble, you don't know. I mean, look at that customer of yours. I mean, look at that customer. What are you doing with her hair with? What are you doing with her hair with? Let's say she's dying. Get the hell out of here before I call her cops. Oh, don't tell me you're on her side. Oh, don't tell me you're on her side. Oh, yeah. You should be mad, girl. Don't let anyone put poison in your hair. Oh. Hier ist ein schwerer Koffer. Oh. Not today. Oh. As if I just got enough to do it. Holy shit. People are gonna hear about this. Oh, and you don't. Roter, schwerer Koffer. Roter, schwerer Koffer. Da jetzt einer mit Waffen. Okay. Hey. Der Ganja-Laden ist auch da. Oh, hallo. Du kriegst keinen Ganja. Keiner macht den Träumen. Ja, Mann. Keiner macht den Träumen. Alter, die Tür ist auch abgeschlossen. Wir brauchen eine Schlüssel zu Lannys Parkplatz. Warte mal. Ups. Scheiße. Lauf. Lauf auf der... Lauf doch an dem Feuer vorbei, Alter. Da ist so viel Platz. Dein Ernst jetzt. Ja, gut. Warum hast du das jetzt gemacht? Weil du mich geärgert hast. Ey, ich hab dich nicht geärgert. Du bist ja nicht drinnen gewesen, Alter. Du tust so, wie du drinnen gewesen wärst. Du standst an der Tür grad. Ich war verletzt. Ich merk mir das. Alter. Ich hab die ganze Zeit nichts bei dir gemacht. Du wirst jetzt sterben. Hä? Wieso sind die eigentlich... Okay, das ist dein Zuhause. Da ist alles rosa-rot. Ich hab dein Zuhause gefunden. Ja, und die Mülltanne, weil du Müll bist. Du bist Müll. Ah, was ist denn mit der Nase? Oh, hier kommen wir drüber. Aber warte, lass erst noch kurz gucken. Hier gibt's vielleicht auch noch was. Hier liegt ganz viel Medipack. Medipack. Oh, ne rote Kiste. Grüne Keulen. Alter, was ist das? Alter, zock ich zu dir auf das Ding rein. Was? Warte. Alter. Boah, wie geil bitte. Geiles Teil. Würde ich mit Feuer bespicken. Fisch, Fisch. Blutung ist aber auch geil. Oder? Boah, die Nase tilte heute wieder, ey. Femmelab. Put my left. Achso. Ich wollte drüber steigen. Neu. So. Da ist der Typ. Vielleicht hat er jetzt... Ja. Da ist der Typ auf jeden Fall. Vielleicht hat er jetzt den Schlüssel. Oh. 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 Okay. AJ, losen. Roll mit dir. Woah. Keep special effects. Hand. Action. Oh. Nice. Kameras rollin. Get in die Zone. Oi. Dylan. Welcome to my day job. Help. Ha. Okay. Okay. Ähm. Okay. Okay. Wer gibt es mal? Boah. Feuer. Alter. Der ist gleich da. Ja. Oha. Wie viel Zeug der Fall in der Nassen hat. Ja, Mann. Und ein neuer Streitkolb. Wie viel hat der Streitkolb? 266. Na, meiner auch. Ah. Und wir haben Schlüsse zu Lannys Parkplatz bekommen. Ah. Scheiße. Ich hab echt kalt. Ich könnte mal so ein Ding gebrauchen. Ah. Ah. Wir sind auf Lannys Parkplatz, Snoopy. Komm mal her. Ja. Die hab ich grad gelöscht. Kommt hier rein. Meh. Skate-Merch. Haha. Gefällt wohl Skate-Merch nicht. Blaue Kiste. Touchdown. Was zur Hölle ist das denn? Sichel-Klinge? Alter, was ist das denn? Ich hab' einen Hammer bekommen. Ich hab' einen Gewehr bekommen. Scheiße. Was zur Hölle ist denn eine Sichel-Klinge? Ist hier irgendein Schlüssel hier? Alter, Snoop. Das bräuchtest du. Krass. Der ist schon Boxen geil, ja. Ja, was? Bäm, bäm, bäm. Was denn? Guck mal das Skateboard im Spiegel an. Welches Skateboard? Da ist noch ein Safe. Ja, aber wir brauchen Schlüssel für den Safe, Marcel. Nie. Okay. Ähm. Ähm. Müssen wir da hoch, oder? Hä? Jetzt braucht man einen ganz grünen Schlüssel. Man braucht Millionen Schlüssel. Aber da kommt man vielleicht so rüber. Ja. Ja. Wir kommen hier auf hin. Da. Oh. Geht wohl doch nicht. Na ja, gut. Na ja, gut. Oben drüber irgendwie? Keiner. Wir müssen jetzt wieder zurück, oder was? Ach so. Hab ich vergessen. Ja. Zu Alex. Hier auf dem Parkplatz kommt man nicht, ne? Nein. Ne. Ne. Also gut, dann zurück zu Alex. Ne. Geht nicht kaputt. Hm. Mit dem Drug Shop kommen wir auch nicht. Probier jetzt meine Klingen aus. Warte mal, da drüben ist noch ein Fragezeichen. Oh. Ach nö. Wohl doch. Hier kommt man rein. Ah, Schalter benötigt Strom. Er folgt dem Kader. Tag, 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 tag. Hier muss ne Sicherung rein. Oh. Zweimal Dingensfleisch. Alter, diese Klingen sind echt gut. Habt ihr gehört? Was? Hier muss ne Sicherung rein. Dann geht's auf. Ja, hier, hier, hier gibt's zweimal infizierten Fleisch bei mir. Ich weiß, ob das bei euch auch liegt. Ey, bei mir nicht. Leider nicht. Ups, Entschuldigung. Hast du reingemacht? Ne. Ich hab geguckt, ob da eine Sicherung drin ist, aber ist es nicht. Ah, wo hast du jetzt her? Ach, so ne normale Sicherung. Ach du Scheiße. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel, den wir vorher gesucht haben. Der hat sicher den Schlüssel. Da, 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 da. Hat er den Schlüssel? Nein. Hat er nicht. Dafür haben wir nicht. Ach, halt das Maul. Alter, diese Klingen sind ja nur geil. Ja, fest. Zack, 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 zack. Kann man das Inventar irgendwie erweitern? Ja, ich glaub nicht. Ich muss mal so ein Finishing-Move machen, warte noch. Ach, das ist aufgegangen. Eine neue Katana hab ich. Ah. Ein Schlagstopp. Dein Ernst jetzt. Ja, ich finde auch dieses... dieses... Inventar ist einfach lächerlich, ey. Ohne Witz. Hä? Ah. Ah. Ah, ich hab keine Ahnung. Ach, scheiß drauf. Lass nicht. Hallo, Nin. Hallo. Hi, Nin. Also, wie sieht der Plan aus? Ja, zurück. Ja. Ja, was sieht der aus? Oh, da hat wieder was Geiles. Infizierten Fleisch. Alter, die sehr klingen, sind nur geil. Naja, warte mal, ich will auch mal kurz einmachen. Jetzt komm. Ach, was? Nein, war ich nicht. Na, wieso mach ich das jetzt? Jetzt komm. Oh, okay, tu mal ganz, wenn du das machst. Tu mal ganz oft hintereinander die Maustaste drücken, wenn du einen Finisher machst. Ich glaube, dann macht er ihn bis zum Schluss. Hast du gehört? Ja, hab ich gemacht. Warte mal, ich geh jetzt mal zu einem ganz vollen hier und lass mich mal treffen. Warte da. Im Mülleimer lag Quakel. Boah. Schreier! Schreier ist erledigt. Aua. Alter, wie schnell man ist mit diesen Klingen, Alter. Zack, 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 zack. Betty, komm. Mit brennenden Händen. Komm wieder. Alter, dieses Gewehr ist echt. Oh. So macht man das. Immer schön die Zigarette ausdrücken. Das ist es. Ja. Du hast es probiert? Ja. Ja, guck, gleich tot gemacht, gell? Ja. Ich fahr ein bisschen Skateball. Boah, ich hab ein 160 gemacht. Ein 360. Okay. Warte. Komm mal schnell. Super. Oh. Schreier! Dein Maul mit deinen hässlichen Rollschuhen. Verpiss dich. Aua. Was soll denn das? Alter, diese Krallen sind so geil. Ich muss die unbedingt tunen. Quatsch. Ich hab ne Nagelpistole, aber in grün leider nur. Egal. Hat sie aber mehr Damage gemacht, als in der anderen war. Bittsacke im Blau, Alter. Geh mal weiter, Leute. Ja, Mann. Lass uns mal die Scheiße abgeben, jetzt. Ja, Mann. Schöne Goldkette. Die gönne ich mir doch gleich mal. Die ist jetzt voll geblutet. Doch kein Bock mehr drauf. Weil infiziert. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich, äh, Ninja-Stern werfen. Naja. Gib trotzdem Zeug her. Explosionsdrüse. Oh, nee, oder? Sorry. Scheiße. Ne, mach auf. Ach, noch. Geh weg, geh weg. Ah. Auch noch. Oh, Fettig mit brennenden Händen. Wie macht man den Scheiß aus? Batterie ausrupfen, oder warm? Ja, Batterie ausrupfen geht wohl schlecht. Wie schön auf seine Platze, seine brennende. Vorsicht. Fettig mit. Fettig mit. Oh, wasser? Ich wusste nicht, dass da gleich Alarm los von den Dingern gibt. Äh, da ist schon wieder so ein Fetti. Oder ist das noch einmal der gleiche? Es ist ein neuer. Okay. Gibt halt Leute zu, Autozeug, gell. Ja. Ich hab jetzt Bock auf einen Donut. Der sieht echt geil aus, der Donut hier. Du meinst einen Hotdog. Ah ja, stimmt. Ich hab Donut gesagt. Ich meinte natürlich Hotdog. Ey, lass uns Donuts essen. Erstmal räuber ich wieder hier. Oh, hallo. Das ist nochmal alles für Auswahl, warte. Okay, ist noch Zeit. Danke. Dir nicht, Masti. Ich hab Gesundheit gesagt. Du hast für uns geheimt gesagt. Okay, Masti, okay. Du musst einfach unten drunter durch. Ich hab's nicht angemacht, aber... Okay, Masti, okay. Okay. Ach du mein Maul. Wie so fett ist die aussehen einfach, gell. Blut. Und Eingeweide. Yeah. Lass mich los. Weg. Ekel Typ, alter. Pass mich nicht dran. Mh. Mh. Ja. Ey, geh weg. Wenn wir jetzt in Ruhe mal die Lärme angucken hier. Ah. Interessant. Anatomie gelernt, ja? Ja. Okay. Das ist Anatomie. 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 Schreier. Ah, vergiss es. Du schreist nicht drauf. Ich hab ein bisschen verprügelt, alter. Ihr habt gar keine Chance gehabt zu schreien. Ich feier diese Krallen, alter. Die sind so geil. So geil. Denk ich warum ich Schlagringe so wohl finde. So geil. Vor allem, ich hab die noch nicht mal gemoddet und die sind voll geil schon. Äh. Wir haben ja hier das Zeugs genommen. Ich muss schon bald nichts mehr tragen, ich muss erst mal bauen. Boah, ich treff ihn gar nicht. Ich hab die Kasse auf. Hm. 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 Okay. Medikit. Wer braucht, der nimmt. Wer nimmt, der braucht. Okay, dein Kumpel ist tot. Jaja, dein Kumpel ist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du hast mich wohl tot. Ich hab' wohl tot. Ich hab' wohl tot. Der war' Gammeltöter war der. Et voilà. Beide von ihnen? Beide von ihnen. War das, du weißt, respektvoll? Nein, es war brutal. Moose war bereits in Pfeifen, bless his tiny heart, und Dylan wurde eine störende Kantele von glücklicher Fat. Ich hab' never seen anything quite so horrific in my life. Tell him not to skip leg day. Every time. Hm. Es war der Virus. Das ist das, was ihn verletzt, nicht mich. Look, du bist hier safe, oder komm mit. Serling Hotel? Crisp, white sheet? Barbed wire? Death pits? Thousands of Zombies? Nuh-uh. Vielleicht noch andere Survivor kommen, und wir können sie helfen. Mal. Another happy eatery on Zompocalypse Boulevard. Heh. No. I'll send help. How do I get there? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Thanks, Alex. You take care of these boys while I'm gone. Yeah? Nice. Level up! Und einen neuen Mod. Neue Karte meinst du? Huh? Neue Karte meinst du? The only gun I want is a drone. I'm piloting miles away from the action. Hey, suit yourself. Hey, let me go. What? Newman, oder wie das da heißt? Newman? Ja, ganz unten steht bei mir. Also unter schlechter als Newman. But, uh, I think it's still a drone. Feeling better now you have your precious guns? Oh, yeah. Can't wait to get in some shooting practice out back. Oh, ha. Super Sportschlag. Can we just make zombies swarm the gates again? Waaass. Wie geht der? More target practice. Oh, it's just in der Wirklichkeit. Sportschlag erforderlich. Ah, okay. Den habe ich nicht. Nice. Ah, ich habe den Sportschlag. Geil. Machen wir mal den Super Sportschlag rein. Nice. Cool.